Hallo Leute! Und jetzt haben wir leider unser orange Stein nicht gefunden. Das ist kein Problem. Aber auch heute ist der Tag gekommen, dass wir englisch Kette suchen. So, wir suchen jetzt Kette. Wir gehen, glaube ich, sogar da lang. Wir machen ein paar Kette. Und vielleicht steht ja immer noch da. Oh! Hier ist gerade eine Kette! Okay, das ist unser Schatz. Das ist unser erster Schatz. Das ist schon mehr, aber wir brauchen nicht. Ich glaube, wir suchen etwas bei uns aus. Wir lassen einmal so diese orange Stein und dieser rote Stock bei unserem Zuhause gefunden. Ich weiß nicht, ob das wirklich von jemandem gehört, oder ist das einfach nur von keinem? Hm. Guck mal! Ich habe sowas gefunden. Ich habe diese Nuss vergessen, wie das heißt. Aber ich habe so eine Nuss gefunden. Okay. Das haben wir schon auch mal. Okay. Hier ist nochmal eins. Und nochmal eins! Okay. Ah nein, die sind alle kaputt, die anderen. Hm. Dann holen wir eben auch das. Und diese gelbe Ding. Und wir vertreten sie genau. Und tschüss! Ja. Ja.